Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity und es geht weiter mit Sequenz 9 Erinnerung 3 Die Flucht. Die Flucht, hm, das hatten wir eigentlich schon mal, aber egal. Ich glaube, das ist die letzte Sequenz von, äh, die letzte Erinnerung von Sequenz 9, so wollte ich sagen. Alter, komm, sie ist auch so behindert. Will we be taking a ride this evening, Professor? No, 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 I'm afraid not. These older models are entirely at the mercy of the breeze, and there is far too much of it, I'm afraid to be safe. Now, this particular example, what do you think you're doing? Okay, das wird's nicht lustig. Los, lauf du Schlampe! Ja, äh, klar. Lauf. Kappen. Kappen. Ja, optimal. Weiter. Heilen. 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 Laufen. Kappen. Ja, klar, ja, plündern, natürlich. Das will ich, will ich ja unbedingt. Careful, halt die Frisse. Töte sie, die Wale. Hast du sie alle getötet? Oh, das kann man ja schon wieder neu. Ja, eins noch, das weiß ich selber gerade auch. Ich run, ich run da einmal. Einmal herum. Oh, fuck. So, jetzt, jetzt, jetzt hab ich ihn. Komm, go, go. Kappen. Oh, das war nicht shit. Einmal. Ja, 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 geht halt noch mal, danke, loh. Wow, wow. Ja, wir sind jetzt das Schaffied. Ja, 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 ja. Ja, sie, ich ist scheißegal. Halt doch die Fresse. 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 Warum ist er so langsam? Manchmal ist er extrem schnell und manchmal wieder extrem langsam. Und ich schaff das nicht. Wohin? Ja, ich bleib hängen. Alter, fick dich doch einfach. Komm, Arno. Du bist doch sonst immer so ein flotter Typ. So, jetzt habe ich sie. Ja, Alter, wie soll ich das schaffen? Ja, ist vorbei, ey. Ah, das soll man so machen, ey. Ich habe das gar nicht schaffen können. Geil. Oh nein! Ja, so heiße ich. Ja, genau in den Heuhaufen. Das war so klar. Alter. Muss ich jetzt wieder folgen. Ich bin okay. Du bist so anspaßt, ey. Alter, das ist mal eine geile Mission, ey. Das ist eine lange Geschichte. Oh nein! Ich kann es nicht aufhören. Ja, das weiß ich. Alter. Die schießen ja extrem auf mich. Geh mal ein bisschen schneller, bitte. Ja, ja, ja. Ja, halt die Pfote. Ich kann das nicht mehr hören, ey. Du bleibst so und so gleich wieder irgendwo hängen, weil du zu Behinder... Ja, ja, ja. Ich weiß, dass ich laufen soll. Danke, dass du mir das immer wieder sagst. Gut, dass die immer wieder daneben schießen. Mhm. Mhm. Optimal. Alter. Das ist nicht mehr wie das Soweit. Wir sind wir knapp in der Nähe. Wir sind knapp in der Nähe. Alter. Wir sind jetzt einfach gekommen! Wir sind wieder! Mal kommen! Mal kommen! Mal kommen! Endlich mal Gäli. und sie hilft mir einfach nicht rauf. Can things ever go back to the way they were before, do you think? Do you? After everything that's happened, everything we've lost. So that's it then. The course of history forever altered, never again to return. Maybe we can't go back. But going forward isn't necessarily an ending. Please, I... Ihre Lippen berühren sich nicht mal. Extremer Pfusch. You took too long. I love you. Endlich wieder vereint, die zwei. Sequenz 9, Erinnerung 3, gemeistert. Had to dash. Da hat ein Grinser aufgesetzt, der gute kleine Ahnung. Oh fuck, nicht schon wieder die Serverbrücke. Assessinenfähigkeit freigeschaltet. Na, Kampf. Was haben wir denn hier? Meister der Einhandwaffen. Haben wir das nicht eigentlich schon? Ja, das haben wir. Meister der Stangenwaffen. Gnadenstoß. Also, ganz ehrlich, den holen wir uns jetzt. Wir haben noch 6 Punkte zur Verfügung. Jetzt holen wir uns noch. Ähm, Auffüllpunkt. Schau, ich schau von dem. Schau von dem sie... Ich schau von dem sie... Ach egal, was das ist. Verbesserte Phantomklingen. Bomben Giftgas. Giftgas. Anfaktor braucht wir 8, Alter. 8 die Kinder schleichen klein ja auch jetzt eigentlich nicht gesundheit gesundheit haben jetzt mal voll reihe das bringt mir das wahrscheinlich gar nichts aber das holen wir uns jetzt dickeres Fell endlich haben wir mehr Gesundheit Leute WTF ich bin unter der Map ich bin unter der Map verdammt alter Leute seht ihr das sowas darf einfach nicht passieren in diesem Spiel sowas darf einfach nicht passieren ich meine was ist hier falsch gelaufen aber jetzt habt ihr das endlich mal gesehen dass das Spiel ein reiner Bug ist das ganze Spiel einfach die Performance ist beschissen es gibt Bugs ich will nicht zu viel darüber lästern aber egal aber wie es weiter geht Leute sehen wir im nächsten Part Ciao bis zum nächsten Mal Prayer hör 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 Untertitelung des ZDF, 2020